so chloe ist waiting for me in front of the main hall bevor wir zu chloe gehen schauen wir uns hier natürlich um zumal ich glaube da hinten mit dem eichhörnchen ist noch ein foto ich geh erstmal dahin müssen wir uns anschleichen wie ein nirn ja gespielt jetzt haut es ab muss genießen wieso ist jetzt abgehauen zeit zurück spulen verdammt das ist doch das foto oder nicht hoch klar 100 pro ah verdammt jetzt habe ich ihn es wird etwas kniffliger glaube ich als sonst chloe hat geschrieben was schreibt chloe denn aha nix frage zeigen ja doch ja doch was haben wir hier im büro des hausmeisters wie gemein das büro des hausmeisters aha ein magazin ich kann mir schon vorstellen was du mit magazinen liest ja ja auf mode ja ja jetzt hätte ich die mode darin interessieren würde nicht die hollywood girls ja ja schukladen nichts 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 halt hier ist noch was mädchen kram ja ich weiß dass samuel nicht silken scharfe also wer macht das könnte natürlich sein dass es nur jemand vergessen hat und er es irgendwo gefunden hat zwecks hausmeister tätigkeit und so gut hier war anscheinend nichts drinnen wenn ich nichts übersehen habe das tote schade ich habe gedacht das eigentlich könnte ich nochmal erschrecken die tabanga sieht ziemlich schrecklich aus der Nacht bitte nicht zuerstörten ob das später noch eine bewandtnis hat vielleicht samuel sollte das lampen schreibe mir später eine e-mail deswegen steht da jemand ich glaube ja klar steht da eine pssst max gehen schleicht modus der direktor bine lober die roh die Der ist besoffen! Der ist total voll! Die alte Saufziege Vielleicht kriegt der ja gar nicht mit, dass ich hier bin. Ah, Max schleicht schon. Max ist im Schleichmodus. Los, klau ihn die Flasche Bier! Nicht so, außer ich. Max, der Ninja, schlägt wieder. Die ganze Tiergeräusche hier kommen vollzüglich im Wald leben. Buchverzeihung Ok, wir haben Fische im Aquarium, ne Kippe und ne Taube irgendwie. Ja, ne ausgestopfte würde ich sagen. Zwecks dem Ständer da unten. Oh mein Gotti! Entschuldigung? Booyah! Ja. Ja. Schlechtgeräusche. 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 Hey, Chloe. Ich hatte nicht genau den größten Tag, versucht, meine Freundin zu spüren. Ich glaube, ich brauche mich heute Abend, okay? Entschuldigung. Aber du absoluten Balls zu den Ständen schluchte deine Freundin. Und... Kate schluchte sich selbst. Ich konnte sogar nicht benutzen meine Macht. Meine Kopf fühlt sich wie es wurde gebrochen. Und dann hatte ich keine Ahnung, was sie zu sagen. Don't be so modest, Rockstar. Kate ist alive, wegen dir. Du hast natürlich gesagt, was richtig gesagt. Und dein Schlechtgeräusch wird uns alle schluchten. Wir müssen einfach verbinden uns die Flasche. Und herausfinden, wer fast zählte Kate. Wir müssen das zu stoppen, von einem anderen zu passieren. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. And somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay. Right? Hmm. Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to... Oh, ja. Manipulate time and space. No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Hmm. Naja, wieso... Naja, beides eigentlich. We need to find out more about who Rachel was involved with around here. She was able to blend in with everybody. Even with people I hated. And even though I don't know her... It feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... If we know what it is with Rachel, we know what it is with the Vortex Club. And what it is with the Vortex Club. And what it is with the Vortex Club. And what it is with Kate. Actually, really. What happened. I just... Kicking it in Los Angeles? That would be the best case scenario. She wouldn't leave without me, okay? And how often do missing girls turn up? We have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drum roll please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Zeitplitzen. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted, as you know. It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, uh, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Are you fucking kidding me? Is that a bitch? It's so stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Chloe the Keymaster. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? I can't charge us for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell's security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on. One more door and our work here is done. What I wanted to say, as Chloe von Max was scared of me. But I'm really excited. Oh man ey. Okay. So. Ähm. Auf alle Fälle nicht vergessen. Aquarium. Die Ratte. Taube. Taube. Ah so. Don't forget. Taube. Naja, der verbirgt ein Geheimnis, der Vortex Club. Die Frage ist nur, welche. Welches meine ich. Soll ich jetzt überhaupt zu lang gehen, oder soll ich erst zu Chloe? Klausuren. Na, ich bleib erst mal ein bisschen abseits der Geschichte. So. An A-? Alright, alright. So Dr. Max did help Warren this morning. Cool. Ass-Biology. Ugh, gross. Ah, hier ist ein Aquarium, Fischis. Ich gucke gleich mal. Was stand da? Ich habe nie gesagt, dass sie großartig waren, Troll. Fischis. Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Okay, wie wecke ich denn? Achso, einfach. Good evening, Fischfisch. Ich dachte gerade, wie wecke ich denn jetzt die Fische auf? Foto? Ich mache dich das wieder aus. Gute Nacht. Please resume your slumber. Errungenschaft freigeschaltet. Gute Reflexe. Ah, gleich das nächste. Geht denn hier ratzfatz. Noch eine Errungenschaft. Was war denn jetzt das andere noch? Eine Taube oder sowas. Ja. Irgendwie eine Taube, die ausgestopft ist. Dann noch ein Vogel. Das unten links auf der rechten Seite erkenne ich gar nicht, was das sein soll. Eine Spüle? Ne, ich weiß nicht. Eine Spinne und eine Feder. Ne. Wüsste nicht, was wir jetzt hier finden sollen. You can never escape the lighthouse here. Hä? Achso. Das ist ja gerade froh. Ich dachte, man kann ja noch irgendwie eins machen, aber okay. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Daniel's a better illustrator than photographer. Said Max, the art critic. Victoria. That is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Ich dachte ja irgendwie noch in der ersten Episode, vielleicht ist sie gar nicht so boshaft, aber anscheinend doch. Zumindest was man vorhin gerade gesehen hat mit Mr. Jefferson, Jefferson Darcy. Ich bin sicher, dass er noch ein bisschen Kokain dazu trägt, vielleicht noch einen Anschluss. Okay, den Vogel habe ich jemals nicht gesehen. Eigentlich gucke ich nur um nach so einem, nach dem Vogel und, naja, ein paar Hinweisen. Das war unglaublich, wenn Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Also Vogel habe ich jedenfalls nicht gesehen. Tin weiß, es scheint hier auch nicht zu sein. Chloe is waiting for me in front of the principal's office. Ich weiß, ich weiß. Ich habe mir ein paar Spinter aufgeschnacken. Ich bin so glücklich, dass du noch deinen Locker hast, Kate. Gut, es scheint da nichts mehr zu sein. Gehen wir zu Chloe. Das dürfte, glaube ich, sehr interessant werden. Zumal ja in Episode 1 und 2, glaube ich, äh, ich glaube in 1 war das auch immer die Akten zum Schluss noch zu sehen waren. Ein paar Sekunden von Kate und so. Ich glaube, es wird sehr interessant gleich. Ja, Max, einfach Zombie in der Halle. Geh mal über das Principal's Office. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Sehr geehrte Miss Michelle Grant, als Sicherheitschef der Blackpool Akademie ist das mein Job und meine Pflicht, sicherzustellen, dass alle Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Schüler getroffen wurden. Mir ist bewusst, dass ich niemandens Lieblings unter den Schülern oder Lehrern bin, aber ich weiß, dass ihre Sicherheit an erster Stelle steht. Die Zahlen, seit ich zum Sicherheitschef ernannt wurde, sprechen für sich selbst, genau wie der 15,4%ige Rückgang der Campus-Kriminalität. Ich respektiere Ihre Stellung als Wissenschaftslehrerin, aber sie haben unfairerweise meine Pläne für ein Überwachungssystem mit einer feigen Petition dämonisiert. Ich hoffe, sie werden diese Petition überarbeiten und die menschlichen Kosten bedenken, wenn die Blackpool Akademie nicht mit der neuesten Sicherheitstechnik ausgestattet ist. Mit freundlichen Grüßen, David Madsen. So, Chloe, bist du hier fertig, oder was? Anscheinend nicht. Sie hat doch schon die Schlüssel und kriegt die Türen noch nicht mal auf. Das ist es. Ah, keiner dabei, achso. Er schützt nichts, wie jeder hier. Nun müssen wir definitiv die Tür öffnen. Glauben Sie es nicht, ich weiß ein bisschen über das Lockpicken, dank Frank. Ich könnte mir meine Thief-Skille ausprobieren. Geh es, wir sind bereits in diesem tief. Na toll, ich habe doch schon gerade alles. Ich habe keinen Schlüssel gefunden. Ich habe keinen Schlüssel gefunden. Nothing here. Dead End. Boring. Wahrscheinlich in der letzten. Nein. Gut. Vielleicht hier, genau. Hier sind die Schlüssel. Nichts für das Principal's Office. Keine Schlüssel für dich. Wir müssen noch einen anderen Weg finden. Das wäre jetzt aber... Ich weiß nicht, ich habe genug Zeit mit Frank. Aber ich werde meine DIY Lockpick-Tools nutzen, während du mit einem besseren Plan hast. Mein Plan hat eine Name. Hey Warren, you busy? Just Bubblehearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise, Stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kind of know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. Uh, no, 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 stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the hope. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Sie baut jetzt, was? Eine Bombe? Moment. Was ich sagen wollte, das wäre auch ein Ding gewesen. Die Tür vom Direktor ist zugeschlossen. Und hier hängen die Schlüssel dafür. Das wäre, ja. Das wäre witzig gewesen. Hier sind die Schlüsse. None für das Prinzipal's Office. Dann hätte man die Tür wohl nicht zuschließen brauchen. Okay, äh, Nachricht von Rowan. Ja, wir bauen bestimmt, keine Ahnung, eine Bombe oder Säure. Keine Ahnung, wahrscheinlich eine Bombe. Also, äh, ein Puder zur Hälschung von Chlordioxid. Das war jetzt doch eine Idee. Probierst du das tatsächlich aus? Probieren ist das richtige Wort. Ich verneige mich von deinem Wissen. Ach, hier, noch mehr. Okay, toll. Ich bin nicht Schrödingers Katze. Hm, 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 hm. Ah, hier. Achtung, 007. Du musst folgende vier Objekte finden. Zucker, eine Dose Limo, Klebeband, Natriumchlorat. So machst du's. Natriumchlorat. Ein Puder zur Hälschung von Chlordioxid. Das war's doch jeder. Probierst du es halt, aber, naja. Gut. Als wenn ich nicht gerade hier jeden Raum abgesucht hätte, aber, naja, ich mach's, klar. Geh nur noch mal. Warren ist such a classic nerd. Let's see if I can find those items. Wieso das hier, genau? Ich weiß nicht, ob das gerade eine Anspielung war aus Flucht der Karibik, aber bestimmt. Zumindest muss ich gerade daran denken. Lasst du den Kraken frei. Gut. Ich liebe diesen Formalen-Smell. Ist okay. Du verdienstest viel mehr als das, um Nathan zu nehmen. Aber jeder kleine Klinik gilt. Hä, was? Was? Hä? Ja, ich mag dieses Plus besser als dieses Minus. Danke, dass du da bist, Warren. Sie hat aus Warrens A ein A-Plus gemacht. Ach so. Warum nicht? Ich weiß bloß nicht, ob das auffallen würde. Stand, wobei ja gerade das Schmettler-Regen zu sehen. Das heißt ja, dass es natürlich definitiv Konsequenzen hat. Ooh, Sugar. Du bist halbwegs nach Hause, Max. Okay, wir brauchen erstmal noch Klebeband. Ich habe nie gesagt, sie waren großartig, Troll. Was hat Warren denn noch geschrieben? Klebeband und Natriumchlorat. Noch da? Hast du dich in die Luft gesprengt? Ah, also doch eine Bombe. Max. Noch hier. Nicht in die Luft geflogen. Noch nicht. Ich muss mich konzentrieren. Wählt mich später. So, Sodiumchlorat is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Natriumchlorat, Na, C oder A, Syntheseverwendung, eine anorganische Verbindung, die üblicherweise als Unkrautfindig da eingesetzt wird. Toxist für Menschen. Ich habe hier noch was gesehen. No, this mixture doth not work. Weißt du doch gar nicht. Ob ich das zu Hause auch mal ausprobieren sollte? You know, you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Mal gucken, was die zusammenbaut. Nur noch ein ingredient left. Sonst muss ich heute nochmal einkaufen gehen. Okay, äh, Klebeband. Das finden wir bestimmt nicht mehr hier drin. Ich denke mal, das wird woanders sein, glaube ich. Habe ich einfach so oben gefühlt. This is like a scene in a horror film. Allerdings. Und hier haben wir es. Und wo bauen wir das Ganze jetzt zusammen? Ich gehe mal zu Chloe. Besser gesagt, ich laufe mal zu Chloe. Geh es schnell an die Tür, Chloe. Let's try this instead. Boom. Literally. Yes. Time to blow shit up. Das sprengt doch die ganze Tür weg. Das ist so cool. Das ist gar nicht. Seid ihr verrückt? Okay, wir können von der Zeit zurückdrehen, aber... Das hört doch... Halb Blackwell, halb Arcadia Bee hört da... That was so fucking cool. Ja, ja. Oh, wir sind toast. Hier kommt das ganze Arcadia Bay Feuer und Polizei. Verdammt. Äh, so was sollen wir tun? Weil es oben zur Seiteар referee, Bis zum ersten Je March. neighbors an! Ich sprich mit hiding. ам.